Wir machen gerade Urlaub in einem schönen Ferienhaus an der Ostsee in Schönhagen und ich nehme dich mal ein bisschen mit durch die ersten Tage. Am Tag der Ankunft war ich erstmal ein bisschen im Garten, die frische Luft genießen, Natur pur, es flogen einfach so viele Vögel direkt über mich hinweg und die haben auch ein ordentliches Konzert abgegeben, also schon irgendwie cool. Am Abend waren wir noch kurz in Kappeln am Hafen und haben uns dort nochmal kurz umgeschaut, alles beleuchtet. Und am nächsten Tag war das Wetter dann wunderschön, also wirklich ein absolutes Winter-Wonderland. Alles mit Schnee bedeckt, blauer Himmel und Sonnenschein. Die Sonne hatte auch wirklich Kraft, aber nur im Gesicht natürlich. Ansonsten war es wirklich sehr, sehr kalt, aber trotzdem super schön und ich habe es so genossen und bin auch froh, dass ich es genossen habe, weil die Tage nach war es dann schon nicht mal ganz so gut, aber immer noch schön. Und dann waren wir am Abend noch am Weidefelder Strand. Da ist gerade die Sonne untergegangen, der Himmel hat sich so ein bisschen rötlich verfärbt und da ist gerade die Sonne untergegegangen.